Er ist ein Schmerz, aber es ist ein Schmerz, aber es ist ein Schmerz. Schreie, schreie. Ja, das baut. Du hast doch Klaus. Und die war so allein. Ach, das ist so gut. Ja. Komm her. Komm her. Das ist so gut. Du, noch Mike. Doi je. Mach ein keih ab, zack. Nein, nein, keine Stürze. Ich fühle mich. Ja, ich fühle mich weiter. Ich meine, das hat sich noch drehen, Dami. Nein. Du musst das machen. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Ja, das ist so schwer. Dreif Arnoten. Trifft er aber schon. Ja. Uai. Das ist so eklisch, wenn es auf dem Feld geht. Ja, das stimmt. Oh. Oh. Er krackt. 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 Wie soll das nicht probieren? Du sonst ja? Du kannst es auf- Biden finden... Entschuldigung. Ich habe keine Maria vorgelegt. Ich habe keine Maske aufgemacht. Achein, ich habe keine Maske aufgerufen. Ich habe keine Okay. Wir müssen mitkommen. Ach du Knabber doch schon. Sie kommen immer ein Fenster. Na, die müssen die Zauwelt für das Lokal haben. Wenn nicht die Bestimmung. Ja, du könntest. Oh ja, du kannst. Können du das? Das ist wirklich klein. Ich packe den Deckel gleich. Nimm mir mal vier rum. Halli. Hopp, hopp, hopp. Dreck, Dreck, Dreck. Ja, sie gehen aber gar nicht. Das ist krass. Das ist krass. Die sind lange in der Zündung. Das ist witzig, was du meinst. Ja, hier. 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 Das ist krass. Na, das ist krass. Ja, das ist krass. Ja, hier. Ja, hier. Das wäre du, oder? Ich dachte, du musst keinen. Ich wollte dich schon rüber. Aber hier hast du weit entfernt, die Lucht. Das wäre ein Sieg. Der Sieg. Das wäre ein Sieg. 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 Stimmt. Ja, ja. Oh, du hast den Kopf raus. Du wirst. Das ist die Mitte noch so, vom Bestenzen. Ja, ja. Oh, Mann, da hast du noch nicht geblützt. Ja, du kriegst schon die Protokolle. So, dann machen wir einfach zu, weil sie gehen. Du hast nicht gut zu, eigentlich, oder? Ja, ja. Du hast einen innen drauf. Ja, ja. Ja, ja, da kommt viel, ne? Ja, ja. Warte, so nicht. Das war eine tolle Fün, ne? Guck, du komm mir mal zu. Ja. Guck, der Tiger, das riecht schuss, da kommt, du hast vielleicht zwei Minuten reise. Und du schaust ihn, am Schliefer. Und du hast noch einen, ein Heu. Feuertsinn. Ziem, 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 ziem. Du hast Römmischwärts, ne? Ich habe gesehen, ob es bewegt in deinem Heu. Du, ja. Du hast gerade nicht reise kommen. Ja, du schaust ihn am Schliefer, wie du ihn. Ne? Sieh, da ist mein Zauber, der kleine Kerl. Was ist das? Ähm. Ja, das war Schliefer, so war es. Du spielst so ein Besser. Warum? Der Tor ist noch ein bisschen leer. Ja, du siehst den Ersten sehen. Ja, das ist der Tor. 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 Jörg. Du hast nit. Verkannung!